jetzt passen wir auf du hans wurscht trauriger entweder du hämst dein Diamant na fuck na das ist noch ein Zwölf mein mann ist Bronze 5 dass du die Zwölfer Postel für eine Räumefahndi hälst weißt du was ich hasse wenn ich F11 drücke und das Soundboard los geht obwohl ich nur aufnehmen wollte aha so ok meine Heelpot... äh meine Heelpotions sind irgendwie abpackt woher zum Teufel weißt du das eigentlich jetzt schon wieder wer was weiß... wer weiß was nein warum er jetzt schon wieder gesagt hat Diamant äh äh Diamant du hattest so einen komischen Rahmen ja das ist aber ein Platin-Rahmen oh der ist momentan Diamant aber ich bin Diamant ja echt jetzt? ja der macht nur Witze ja ich bin Bronze 5 im Weltmain das ist mein Smurf hier ja ich bin der Jynx oh komm mal ne Jynx Awe F*** F*** oh oh tschüss geht Kacken aaaaaaah der, nimmt sie die ist fixlos Pricker warte alter 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 was geht hier ab jetzt rübel Party nach mit der Alter oh jetzt kommt Eicheln Nigger shit rin rin loo die ist gehostet die hat sie gehostet die hat sie gehostet okay hihihi 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 jetzt komm hilf mir mal okay so alter was ging jetzt hier ab alter hihihi hey warte f*** du hast doch zwei Spellbillen und du hast nur noch Spellbillen und das Eichenherz wieso hast du immer noch volles Mana ich hab Flasch und Barriere raus ne f*** hast du so hohe Mana Rack oder was ja ja alter eigentlich nicht immer wenn ich immer mit Anni auf Level 1 ein Spell mache bin ich sofort Half äh hab ich sofort Half Mana also ich kann nicht mehr zum Blueheim kommen das Risiko geh ich nicht ein also nimmst du mal ein Game auf und das passiert super nimmst du eigentlich mit Sound oder ohne? mit alles f*** Lolo ähm ich glaube ich muss nochmal das Aufnehmen neu starten weil ich meine meine Stimme wird nicht aufgenommen oder habe ich das letztes Mal geändert na die nehmen wir schon jemand für ich geh gleich mal Party in der Mitte auf ich wär gut für ne Aufnahme echt mehr ich kann so viel mehr sein ich kann so viel mehr sein oh Katharina oh Katharina oh Katharina wer ist denn jetzt von den beiden hier der der ADC ey wen soll ich denn von denen fokusten äh wir wir nehmen einfach der der am meisten kassiert ja das tut wir ja wie ich könnte über die Büsche kommen ok aufbott ok aufbott ey ey lol ich seh die Chile-animation ja die wollen hin lol grad voll lecker den anderen auf eh komm geh er geht ein sehr wo schmeckt dass sie schiefgegangen werden weit dann geballtet die hohe gestehen auch geht es kurz am arsch der konkreten ich will nur das hier herkommt ich habe keinen flash mehr ich habe gerade so reingeklotz noch 15 gold oh failskill verdammt Was hast du eigentlich für eine Leitung Fabi oder Fabian? Äh, weiß ich gar nicht Nein, oh! Ich bin in Kontrolle Was magst du eigentlich mit der Rani? Inwie? Äh, glaub schon, ja Ich hab Andy noch nie gespielt, komischerweise Ich hab die auch nur zweimal am Aram Warte, ich seh grad, du hast dir grad irgendwas gekauft Also das find ich jetzt komisch Weil in meinem Shop wird irgendwie der Hilapot als Machete angezeigt Ich glaub ich geb mich auch als Vibe aus In prison no longer Nee, ich hatte die jemand anderns, hier die mythische Kasupaya oder so Nee, das war dieser Jadifang Kasupaya geschenkt, deswegen hatte der mir Kanda anheben Es ist Mitte Oh hell Hier hat sich Magierresistenz geholt, die Sau Das ist ne böse Katharina Tidex macht da unten voll ein paar Lava mit den Zweien Mal Lava Oh, da kommt, da kommt mein Feed Renn mal, Negger Mal, Negger, mal, Negger Mal, Negger, mal, Negger Mal, Negger, mal, Negger Ich hab grad den Flash mehr Ich hab mich Nein, ich hab grad nicht den Attack drauf bekommen Komm, steh, steh Ich hab grad nicht den Attack drauf bekommen Loh Noo Weil ich den letzten Attack nicht drauf bekommen hab Loh Ich doch nicht schon der Mal, als wär jetzt verrückt Geh mal von Tiener, Digga Geh mal von Tiener, Digga Hätt ich mal so nah gespielt Ja Hättest du mal Doppelflash gehabt, Mensch Hättest du mal Doppelflash gehabt, Mensch Oh, fickt euch Ey, das ist nerf, wie ich einfach so scheiß bruschen kann Go auf die Wartet doch auf mich, ich hab dich mal Nein Good joke Äh, Assist kam Nein, Assist for you Komm zum Bluber Du brauchst die bestimmt, oder? Ja Aber warte mal hin So, jetzt komm ich So, jetzt komm ich So, ja Kata ist wieder SS Wart Ja, danke Passt schon Katharina hat von Beise Weizen Heiltrenkel dabei Sei Wartda Oh, ich soll mir vielleicht mal ein bisschen Leben kaufen Oder Rüstung, oder so was Puh Warum ist mein Stun nicht losgelangen? Na kommschön Komm her ich will Teebas ich will Teebas KELPAS ich hab aber kein Mana verdammt weil da kommt ein Malfeed 35 hätt ich ult aber ich komm jetzt halt ich brauch mein Flash Flash Ulti Malfell hier ja, ich sehs geht besser weg ja haben wir noch kratsch durch die Kurve bekommen, Mensch, hm? Vorsicht er steht da glaub ich immer noch ja, ja, der kann auch ruhig mal rumgammeln ich soll ja noch keine Gleit drauf bekommen für die Crew glaub ich meine Ult äh, Teebas ist nur noch tief was, sie hat schon wieder mehr oh, scheiße hat doch fast nicht so'n Kulon wow ja, ich ich hab mich noch nicht ready deswegen oh mein Gott, guck mal die hat 1 HP oder so ja, sie hat dann mit ähm 4 HP mein Gift überlebt ich bin Tyba schreiße ich bin Tyba schreiße er ist das Mitte lol ich komm hoch oh 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 verdammt verdammt du mir das dann ähm, was soll ich mir jetzt macht ganz schön schaden bitch was für Wut soll ich mir hm jetzt hab ich Angst ich hol mein Rüsi-Boots oh stirb oh 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 okay, in die Ulti hab ich grad gar nicht gedacht die Katarina hatten fast nix mehr, ey ja ich hab keinen Flash, die will ich zu mehr holen okay ah, verkehrten du willst die Tür da schon auch rein ja nein muah mir gefällt die Tatsache nicht dass ich 0-1-1 stehe den Kinder oben hätte ich so gerne gewollt ah, treibere ey denk dran, Jinx hat ne böse Ulti, ne? ah, die hab ich schnell bekommen boah, Mann ey deswegen war ich ja gestorben hier steht, eine sitzt hier links ja komm auf die Bot aber ja, ich steh schon rum alter, was ist das für ne Range dann komm ich mit oh ja, warte, ich hab mein Stun noch auf CD 5 Sekunden, ne? 3 Tidex, wie lang seid ihr schon drin? ah, 12 Minuten soll ich warten oder soll ich eins zocken? naja, wenn du wieder eins zockt, dann kannst du nix gern nicht mitmachen go ich weiß gehst die ganze Zeit hin und her ja, ich weiß ich kann ja auch den Dominion zocken nehmals nehmals kann ja auch den Dominion zocken good job naja, du auch ich war jetzt überlegen soll ich jetzt noch Ulti oder nicht? aber da hat du deine schon geschmissen schreibst du mir einen Whatsapp wenn du da, äh, wenn ihr fertig seid? ja auch keine Spannung alles klar alle drücken leuchtig alle krank, ich freue mich auf die Creeps SS Mitte oh, sie ist tot Oh, das ist mein Featured an dir. Also, da unten auf der Botlane-Bereich ist er. Ich gucke euch im Mitteltor so schnell wie möglich dauerkriege. Bye, komm her. Mein Neger. Komm her, aber ich habe keinen Mana. Oh, die will meinen Blue-Bow. Nein, du sollst. Oh, na ja, ich komme. Ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da, holt ihn! Oh, nein. Nevermind. Ey, ihr wollt euch doch verarschen, jetzt verlieren wir Drake. Ja, hatte ich jetzt keine Zeit darauf zu achten, sorry. Report. Ja, man, Report. Ich habe keinen Mana, so ein Scheiß. Loil. Da kommt runter. Oder kam runter. Du hast doch gesagt, du kommst. noch kein Mann ab oh man du hast so gesagt du kommst du hast kein Mann nach unten ja zum, äh zum Dragon ach so, ja äh ich hab gemeint du bist der Top laner NICE! die Dragon verloren noch Double Kill äh Triple ich krieg dich jetzt komm ich bot lan gut gemacht Jungs es ist zu spät ok dann mach ich Red Buff mir geht diese Magieresistenz von der Cutter auf die Nerven für den Anfang ja viel ich hab noch keinen übergroßen Stab ja zumindest guckt die Katharina auf die Map so sinnlos großer Stab ich bin im Kontroll Vorsicht der kommt auf die Top manchmal Kann sein, Katharina's auf jeden Fall ist es Ich kann so viel mehr sein Ich brauch 5er Schuhe Wenn Katharina eine freie Bahn hat, dann macht ihr jetzt einen Quadra Da oben läuft Katharina wieder Ja Vielleicht hier über die Wall Ja Ja, jetzt komm Bambu, komm jo Ja, das hat keinen Schaden gemacht Schade, ich kann deinen Bären leider nicht greifen Ja, wer hier mit rumläuft, Alter Weißt du was, tank doch Ähm, die Redi hat keinen Ghost mehr und keine Kraft Lasst die mal reinkommen, die kriegen von mir auch Fresse Autsch Aber du hast nur Holti bei dem Holti im Spiel Ne, aber weißt, mein Redbuff geht auch dann gerade weg Hlepfe Hlepfe Da hieß Situation, ass ich Stirb, schluck Scheiße Bye Bye Wo Ich bin das immer so geil von Queen Bye Bye Jaja Ratschings aber so wird sollte ich meine mitte säuber und unser jungler die davon die finger lässt darf nur zu uns anwälfen ja und zum bluboff zu warwix family darfst du ruhig hingehen nur ich will meine farbe unbedingt haben so das nächste was der tor angreift hole ich mir hier fehlt die ganze zeit jetzt wer fehlt sie geht ja adventure bluboff wofür ich den jetzt benutze die fliegen wenn die wissen dass die gerade dann blut verpasst haben hey was geht ich will mal sagen hallo ne bettektet scheiß minions sind die mich nur am hitten er ist schon wieder trachten ja damit ihr uns wieder verrecken was kommen wir mal top abholt man da da falls jemand haben will ich hab mein ja ich oh man lol ich wollte die armen jetzt lol wieso mache ich keine hit es ist lächerlich ich habe klick auf sie drauf lauf daneben pushbar unser steinchen schafft das schon oh ey wer bist du denn dummer vogel ey lol du kommst jetzt aber nicht noch weg ja aber du hoffe ich noch lol oh die rede hat einen guten fußmarsch unterwegs ne die ist ein bisschen schneller als du sag ich jetzt gleich das wie die nicht schießen wie die es sein lassen so ist recht die haben schiss vor dem ey mein tor hallo okay ich hatte mal ein tor ah ne da kann ich nicht machen zu schnell bin ich nicht ich habe nur 5 gut deswegen guckt die eine auswahl zum highspeed rum los los last hit annie ja aber kann ich mal ne hehehe darauf hat er jetzt aufgepasst auf den einen hit hehehe ne ne scumbag twitch on tour ah naja ich mach mal die mitte sauber ich mach mal die mitte sauber an da oben wow was zum teufel Katharina, Katharina Ich wollte jemand ohne Watson drinken LOL Keine Chance LOL, warum lebt sie noch? Ja, willst du mich verarschen eigentlich? Ich geh mal runter, die Farm Ich muss sie nur sehen, es reicht nicht für meine Old Wie die gerade noch davon gekommen ist, das regt mich viel mehr auf Ja, ich habe gerade meine Old auf sie gemacht Und dann ist sie irgendwie noch aus der Range Oh oh Ja Tivers Warte, ich komme schon Irelia Kayn, komm Dreh um Naja, lieber nicht Die Jinx geht aussterben Okay Hallo Auto-Hit, bitch Die Range Die Range Willst du mich verarschen? Willst du mich für die Rage mit der Ulti? Steht hier, ich stehe hier, Alter Ja, ich komme runter LOL LOL Nein Okay Okay Come back, Twitch, kommt gleich Da lacht die sich einen ab Ich glaube es gar nicht Ich glaube fast Ich glaube es ist gar nicht er hat mich extra geschlägt I can be so much more Boah 200 Gold Ich mach schon den Topfauer, mein Sohn Bitte wer? Oh warte, was hab ich hier hier her? Wer nennst du hier Sohn? Ich glaube nicht, dass du sie schaffst Ja, hab ich das Mit Tidex, ich schaff alles, ich schnau' mir Du wirst einfach die Kilo durchstiften Ne, die Lastetit Ah, der Blue-Buff Blue, blue, blue Warte ich mal kurz Lane sauber, Katharina kommt übrigens hoch Lol, ich hab die doch grad gecleared, willst du mich verarschen? Ehh Kannst schon hochgehen Ich komm direkt mit Warum sind da plötzlich 5 Leute? Die Queen hol ich mir Leck mich 2k j 2k 1k 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 oh hey hier cutter wo er kriegt es F*** Alter stopt komm triple K WOOOOOO DÖL 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 ACHE get f*** f*** get f*** Leute Botlane stay in the farm wir werden zuerst gesehen wie er wollte der Fall ist ja zentral ja dieses Mob ne danke was du möchtest diesen creep? Guck mal schau doch mal genau hin möchtest du ihn immer noch f*** so machen wir direkt die Schuhe fertig damit ich auch schon mehrere Movement Speed hab weil das geht mir nämlich ein bisschen auf den Keks was für eine Krücke Syndra ist was mich auch öfters wundert viele Champions haben viel mehr AP als Syndra obwohl sie die gleiche Dinge anhaben vielleicht AP die Verletzten ja das wäre ne Lösung weißt du aber bisschen zu viel meine ich also andere AP Champs haben für Wunder ja ich find auch Syndra für die die voll lustig ja mit dem bisschen AP geht ihr aber auch ab wie Schmisskasse so get f*** bitch ich baue immer gerne den Lernen die Ramana NOO 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 okay ich bin weg oh du siebst taus sie weg nein warum geh ich hin warum ist Syndra wieder dahin gegangen ah man warum helfe ich überhaupt nicht ich sterb's sowieso nur f*** dich ne gute V ne gute V catchst dich jetzt ne äh wie hieß die nochmal? Jinx genau ne gute V macht das BAM oh Twitch oh ich will sie haben ich will sie haben nein komm schon bei dir mein E NEIN 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 da war grads der Schwanz größer als das Verlangen Alter hehehehe hehehehe hehehe hehehe da wollte einer ganz dring den Killer man TNT musste sterben warum will der jetzt schon meinen Youtube Channel haben als wenn ich meinen echten Namen gebe nachher stalk der mich ich coastal nicht und lange die nicht oder einen Was denn? YouTube-Channel ist dein echt dein Armer? Plus eins. Ne, selbst war es Scumbag. Ne, Pro Salze. Penis. Hallo, Kata. Komm her, komm her. LOL. Gut von dir gemacht. An enemy has been slain. Aue, aue, aue. Oh lol, ich hau auf den Typ. Oh lol. In den Bus, 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 in den Bus. Da, wo, wo, in den Bus. Ey, könnt ihr immer weggehen, da. Damit tut ihr mir jetzt einen Gefallen. Weil ich will hier nicht gleich alleine defenden. Boah, mein Neid. Oh, fuck. Ich geh bot. Ihr nicht. Nein, ich stele Dragon. Ich stele Dragon. Ich wünsch, ich könnte das Vieh packen. Ewas. Ne, vergiss es. Nein, Sintra, geh weg. Was? Geh weg. Hä? Geh weg. Na okay, ruhig mal was anderes. Boah, wie die Lade auch immer sauber ist. Dann wäre ich gerade on the way. So macht halt nur mal, ist doch proper. Der will sich Blubuff sehen. Niemals. Niemals auch, scheiße. Hella. Ja. Puh. Das eine viel hätte es jetzt noch stehen lassen sollen, ohne Witz. Kauter-Juggle in den eigenen Juggler. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Mann, Mann, Mann. Ah, nein. No. Puh. Bitch, please, alter. Ich will noch gar nichts bei dir. Get fucked. Oh. Better nur für Relia. Na, ihr Fehler, hilf ihm halt nicht Die Neid Gib ihr Alter, wie lange bin ich denn gestankt? Ja, der ist immer tot, was ich meine Oh, Mann Habs zweimal gedrückt, auszusehen Die sehen dich jetzt immer noch, ne? Dann könnt ihr einfach ganz weit den Arsch aufreißen Das sieht eher aus, als wenn ich befummelt Nein, scheiß Ratte, scheiß Ratte, scheiß Ratte Geh weg Alle ist meins Alle ist meiner Anni, geh weg Nein Ja, ich hab einen großen bekommen Geh weg von meinem Redbuff Wer hat es meint, ich oder du? Wer hat sein E-Skill, er oder du? Also, so wie ich denn, ey Der drückt zu viel Gut Job, Anni Ihr wart mit dem Redbuff jetzt so schnell, dass ich die Botfarm beknicken kann Egal, hol ich mir Golems Und bei mir weiß der Haar genau, dass er die nicht kriegen wird Nicht den großen Was meinst du? Oh, willst du es herausfordern? Komm her So, und jetzt Oh, fick dich Nein Du kriegst den nicht, ich vergiss es einfach Die Katharina, die traut sich jetzt nicht alleine Ja, weil die auch Eier flattern hat Entsprechend Oh, fuck, die haben hier dringes Wort gehabt Lol, die Katharina hat den Ghost gezündet Not bad Not bad Total worth it Ey, 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 ich würd mal weggehen da Scheiß Quinn, ey Ich will nicht fahren Oh, jetzt hab ich schon gekämpft, oder? Oh, Mann Wie viel ihr davon kriegt Ja Wollt ich grad sagen, scheiß Auto, jetzt hätte es schneller sein müssen Wie viel ihr von der Farm bei mir kriegt, ist immer noch ne Ansichtssache Oh, mir fällt gerade ein, Geister So Jetzt bin ich genug tanky, jetzt hol ich mich guter Start Yeah Lol, what the fuck Wieso hab ich Blue Buff? Dann bin ich ja no Stunt, alter Die Ulti-Walls fast überflüssig Ich hab's nicht gesehen, meine Kamera war zu weit unten Ich hab keine festgestellte Lol, what the fuck ey, ich geh grad B Ich hab auch keine festgestellte Kannst du das, wenn die festgestellte ist? Ja, manchmal zocke ich auch festgestellte, dann geht halt ab Dann halt schon für die Leertaste gedrückt Ey, ich kann das gar nicht Ja doch, die Leertaste gedrückt halten und dann einfach zocken Manchmal auch voll Bock Keine Ahnung warum, manchmal mache ich das, dann zocke ich Syndra so Weil dann kann ich meine Skills auch voll krass landen mit Ohne Leertaste natürlich ist das wieder anders Ich bin auf dem Weeg Geh kacken, lol What the fuck Geh kacken Alter, was hat die hier nicht? Au, verdammt Wie ich dazu nicht kam, ey, was ein Movement Speed die hat Dead Movement Speed Twitch Farm Fucking OP Oh, da hat er ihn Oh fuck, die kommen, die kommen Rechtschuk Ja, verpiss dich Ganz schnell Guck, dass du nicht Ich komm nicht weg Doch, guck Geht nicht, drei Sekunden Verpiss dich Die jagen dich trotzdem Oh je Nein, fuck, die hatten, die hatten Oracle, Alter Ja, weg von mir Die sehen dich, deswegen den Minions Get fucked, get fucked Ja, warte mal, du dürfst ja eigentlich packen Jetzt, jetzt, hau die, hau die Ihr habt jetzt dann schon draußen Du bist wie, du machst so prozentual, äh, pro Leben, so am Schaden Loll 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 Achtung, die kommen alle anderen Äh, ich bin jetzt auch gleich auf dem Weg Ich hol mir nämlich ein Morelos Und dann könnt ihr mich mal alle noch mal schwecken Loll Loll Nein, da, Ofer, Klopfer Ne, Loll Hier wurde beider geklopft Äh, komm mit mir Die machen Baron What? Ja, warte mal, da geh ich auch mal hin und sag mal, ne, so nicht Das letzte Mal hab ich ein Game, da hatte War auch im Baron, da hab ich ein Triple gemacht Ich hab zwei Lowlife, aber ich mach's trotzdem Oh, leid Halt die Alp nur auf, halt die Alp nur auf Ich geh da einmal rein in das Ende Alp nur auf, Uff, halten Die haben ihn schon, glaub ich Scheiß haben die No Der Baron hat noch zwei, sieben Leben Ja Schau mal, er macht alles weiter Hier, die Kedrina, kannst du ja locker holen Ja, die hast du Ey, hol den Malfight da Hol den Malfight Ja, der ist so, ja, das war kackt No Yeah, TX Ich würd mal sagen, so macht ne Syndra erstmal richtig Stress Danke für Baron Und nicht schon mir jetzt ein, äh, Schutzengel, so kann er nicht weitergehen Ich bin ja so ein widerlicher Dauerfokus von denen Soweit die Syndra sehen Angriff, no matter what Scheiß Hobo-Champs Ey, ich bin Ruinen's Hurricane Auf Twitch eigentlich voll OP, ne Ja, ist es auch, weil jeder das scheiß Gift abbekommt Und dann auch mit der Ulti, die splittet sich auch nochmal Ich weiß, das tut weh Nur deswegen kaufe ich sie mal Oh, guck mal, was da kommt Gib hier, gib hier Ja, wie fühlt ihr das mal sicher? Gleich, surprise, motherfucker Das Video, kennt ihr das? Wenn er griselt Ah, fuck, da kommt Bay, Bay Der chillt da und farmt einfach Da pisst dich Mach Dre Ne, 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 da ist Dings Warte mal, da, doch Nein, vergiss es, die hat ein Schutzengel, die dumme Sau Oh, fuck Ich kann so viel mehr Ja, wieder hochfahren hier Ich komm mal hoch, ey Oh, nice Oh, grad wieder so ein Lack gehabt, ey Bei dem kriegst du auch nix mehr zur Farbe, ey Ich führ mal ganz schnell mein Blattfass Ja, ich müsste auch Wow, was mit meiner Maus los? Bleibt die oben links stecken Schasse, dass wenn die Maus stecken bleibt Äh, wie, was Okay Und jetzt geht weg, jetzt geht weg, jetzt geht weg Geht weg Okay Lauf, scheiße Warte, ich komme schon, ich komme schon Bleib mit Bosch, bleib mit Bosch Na, jetzt nicht mehr Geh da rein Als wenn die jetzt noch kommen Dann müssen die aber richtig Eier in der Hose haben Ich habe schon gesagt, die müssen richtig Eier in der Hose haben, wenn die das machen Komm hier Komm hier, komm mal hier, komm mal hier zu Papa Bei Fuß Nein, ich camp jetzt hier, damit ich die direkt fisten kann Oh, 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 oh Lauf hier rein Oh, verdammt Hallo Get fucked, get fucked Wo ist er denn, Alter? Oh, oh Nein Da will man einmal seine Ulti zünden Da will man einmal ein kill haben die ganze Weltgeschichte sagt euch nein ey ich geh back ich will kaufen ich glaube ich konnte nicht einkaufen gehen und meine Kamera bleibt in der Base stehen doch nicht